Stell dir vor, du bekommst eine Million Euros. Euros. Euro. Ja, ist jetzt wieder eine sinnlose Planktonfrage. Du bekommst... Du bekommst die Kohle mit einem gewaltigen Haken. Denn jedes Mal, wenn du ein Foto von dir machst, bleib weg vom Sessel, ist dein Gesicht verschwunden. Im Rückspiegel, weg. Außenspiegel, schwarzes Loch. Schulterblick, wichtig. Spiegel auf dem Boden, wo ist mein Gesicht? Kurz gesagt, du würdest für den Rest deines Lebens nie wieder sehen können, wie du aussiehst. Für eine Million Euro. Würdest du es machen? Schreib es mir in die Kommentare.